Hallo und ein herzliches Willkommen zu Bloon Store Events Nummer 6. Heute tun wir Dinge und versuchen Maps, Maps, Maps abzuschließen. Wollen wir Maps abschließen? Halbes Geld? Was sagt ihr? Gute Frage, ne? Also Schimpansen, weiß ich, bringt mir Benjamin, glaube ich, nichts. Also gehen wir raus, wechseln Benjamin zu Psy, 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 Psy und gehen mal mit dem Kollegen rein. So, wir gehen in den 1-2-Baum-Schwer-Schimpansen-Modus ab dafür. Der wahre Test für einen BTD-Meister. Kein Vorfahren und keine Verluste von Herzen-Einkommen, Affenwissen, Kräften oder beim Verkauf. Gut, also. Womit fangen wir an? Mit dem Ninja-Wino? Wir fangen mit dem Ninja-Wino an. Wir fangen langsam und... Gut, wie ich hab verkackt. Wir fangen nicht mit dem Ninja-Wino an. Mom. Er ärgert mich. Okay, fangen wir mal mit dem Kollegen hier an. Oder mit den beiden Kollegen. Dann haben wir wenigstens ein bisschen hier vielleicht eine Chance. Das sieht doch ganz okay aus. Ich wollte mal schneller schießen machen. Danach machen wir ganz schnell schießen. Langstrecken. Auf jeden Fall die verbesserte Sicht. Auf jeden Fall die verbesserte Sicht. Auf jeden Fall die verbesserte Sicht. Danach gehen wir auf Schnellfeuer. Wir müssen hier jetzt richtig reinklotzen, Mann. Das wird sonst echt peinlich für uns. Kann so nicht weitergehen. Wir sind hier doch nicht auf dem Kindergeburtstag. Oh. Das macht mir immer ein bisschen Angst, ne? Das sind... Die sind irgendwie so gefühlt so schnell. Aber er kriegt es hin? Er kriegt... Er bekommt es hin. Ausgezeichnet. Als nächstes gehen wir auf Vollmantelgeschütz. Ich glaube... Jetzt muss ich mal überlegen. Vollmantelgeschütze. Mantel. Bleimantel. Sollte klappen, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sparen oder noch... Nee, noch schneller shooten. Ja. Das ist gut. Ah. Das ist gut so. Äh. Gehen wir Armbrust? Gehen wir Armbrust? Sprich deutlich. Bilde ganze Sätze. Oh. Shit. He banged. Shit. Es reicht nicht, ne? Der lässt die, glaube ich, jetzt schon durch. Ja. Ich habe das. Hmm? Hmm. Nee. Okay, dann versuchen wir es nochmal mit der Taktik. Ich bin am überlegen, ob ich einen Magier hier hinsetze. Der kostet... Ja, das... Mal gucken. Mächtigere Zauberschüsse bewegen sich schneller und können mehr Blooms platzen lassen. Die meisten Zauberschüsse halten länger und finden die Blooms sogar hinter einer Deckung. Ja. I wanted 3s. Machen wir noch das? Gut. Habe ich einen kleinen Fehler gemacht? Auf jeden Fall. Kann ich den gerade bügeln? Ich glaube tatsächlich. Hm. Ich habe eine verrückte Idee. Ich weiß nicht, ob sie klappt. Aber... Ich wollte gerade sagen, aber wenn die klappt, ist es gut. Ja klar, das ist von den meisten Ideen so, ey. Mal gucken. Das sieht noch ganz okay aus. Aber ich traue mir gerade selbst nicht. Soll ich es ausprobieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß... Leute. Ich probiere es aus. Passt auf. Mein Plan war... Ich setze... Oh... Moment mal. Noch nicht. Okay. Okay, ich muss nur... Ja. Arkane Meister. Schnell angriffen... Okay. 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 Wir haben noch ein bisschen Zeit. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Moment. Moment. Nein! Jetzt k Tamika! Es gibt es ja nicht. Einfach mal Nüsse gehen hier. Ein bisschen was Verrücktes ausprobieren. Bist du auf Stärkster? Ne, Erster. Ich mache auf jeden Fall mal den hier. Ich habe gerade meinen Plan gechanged. Komm, das muss ein bisschen schneller gehen, bitte. Okay. Okay. Komm, mach mal auf 650, bitte. Ich möchte die, äh, dass ich was gegen Bleibloons habe. So. Jetzt 1400, bitte einmal. Ja, dann kann er da schon mal. Das finde ich sehr gut. Mal gucken, wie gut er wird. Ich brauche jetzt, ich muss langsam mal auf Damage Output gehen. Musik 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 Okay, Runde 40, ja, dann kriege ich gleich noch die Moorabschredder. Der Moorabschredder ist aktiv. Puh, okay. Greif an. Gut, die erste Hürde ist geschafft. Jetzt habe ich gar nicht mehr so viel Angst. Ja, okay. Das ist wichtig und richtig. Oh, das hat aber gut was gebracht. Psydu Beast. So, das muss. Ich bin voll konst... also ich habe voll den Fokus drin. Sicherheit geht vor. Können wir nichts machen. Lohnt sich das? Ja, doch. Ich denke schon. Ich denke schon. Ich bin voll. gut, 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 gut ich glaube ich versuche den Armbrustmeister tatsächlich zu kriegen also eigentlich war das die ganze Zeit mein Plan ich war mir zwischendurch unsicher jetzt sieht es wieder so aus, als wenn ich mir sicher wäre ich bin doch auch einfach ein meine Gedanken sind ein Jojo ich bin jetzt schon bei einer Viertelstunde wird eine lange Folge, machst du nichts das hat sehr sehr gut geklappt jede Zelle meines Körpers ist glücklich entschuldigt wie sieht das eigentlich aus, wenn ich hier... nein, ich frage nicht nach es soll sich niemand angucken komm, mach mich jetzt nicht schwach, Brudi mach mich nicht schwach okay, okay, alrighty komm schon oh yeah, baby that is it that is it ich mach alle platt sagte er und versagt semi-oder tödliche Präzision semi-oder... achso das hat sich schon entschieden hm... hm... Ich glaube, ich setze hier noch einen Zauberer hin. Der ist sogar günstiger. Und machen den und den. Warum? Er kann Dinge jetzt hier, ne, mit Schimmer. Er hält einen Angriff mit schwarzer Magie, der dauerhaft den Standort aller Tarnblums in der Nähe zeigt. Das heißt, die Kollegen können auch mit angreifen hier. So, machen wir noch das. Und das. Und setzen das da hin. Das war gar nicht so geplant. Dann machen wir das da hin. Ja. Aber warum kann ich das so und so machen? Greift der dann extra die Tarnblums an? Wer es weiß, seid nicht schüchtern. Haut es mal in die Comments. In Commentary. So, um. Elitiv Tidiger. Das könnte wohl den nächsten Step sein. Da war gerade meine Lieblingsmap, äh Map, meine Lieblingsrunde. Völliges Chaos. Eigentlich sollten die Folgen gar nicht so lange werden, weil, ähm, eigentlich habe ich gar keine Zeit. Der ist natürlich doof. Ja. Völliges Chaos, oh mein Gott. Völliges Chaos. So, hier wird jetzt noch ein bisschen rumgespielt. Ist mir egal. Ich hab Lust da drauf. Dann machen wir das und das und das. So, dann wollen wir mal gucken, wann die kommt, hm? Ja, auch. Absolute Verwirrung, keine Ahnung was hier abgeht. Ich bin manchmal erstaunt, wie schnell das hochjagt bei dem Klebstoff-Schnüffler. Bei dem Klebstoff-Schnüffler. Ah, was war das denn? Mein Gehirn macht Engel. Ja, gute alte Klebstoff-Schnüffler, ey. Die Klebstoff-Schnüffler. Ja, das sieht gut aus, oder? Das sah auch gut aus. Okay. Ja, das war ein bisschen weit. Das kann ich nicht anders sagen. Das, äh, da ist Verbesserungspotenzial. Ich würde behaupten, wir machen als nächstes den Zauberaffen für es der Finsternis. Oh, sie. Äh, so, das sollte noch gut sein, oder? Runde 95. Hm. Ach so, nee, hier. Klar. Gibt es auch noch einen, wo ich ein bisschen Geld sparen kann? Nein. Schneller angreifen ist für meinen Plan vielleicht gar nicht so schlecht. So, stärkster. Ist doch schnell angreifen, oder? Kann man das hier irgendwie... Nein, irgendwo anzeigen. Nicht, nein, okay. Okay. Gut, ich glaube, die 34k kriegen wir nicht mehr hin. Was ist eigentlich bei dir vor? Oh, eine halbe Mille schon. Eieiei. Und du? Ja. Nein, das bringt nichts. Okay. Machen wir nochmal den. Oh. Und? Komm schon. Och, nicht im Ernst, oder? Was ein Swill, Alter. Alter. Jawollo. Würde ich sagen, haben wir es geschafft, wa? Booyah. Dann bin ich ja kurz davor, ein, zwei Baum komplett abzuschließen. Was kann ich da eigentlich machen? Achso, da kann ich suchen. Alter Vater, ey. Boah. Der... Okay. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Die beiden... Loons Tower Defense 6. Bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Gehabt euch wohl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017